Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum ARD-Buffet live aus Baden-Baden. Schön, dass Sie dabei sind. Na, wie sieht's aus mit Ihren Neujahrsvorsätzen? Haben Sie schon was abgenommen? Jeder Zweite in Deutschland fühlt sich tatsächlich zu dick. Und in der Tat, noch nie waren wir so dick wie heutzutage. Im ARD-Buffet zeigen wir Ihnen heute Möglichkeiten, wie Sie Ihr Gewicht halten können, ohne Jojo-Effekt. Denn damit haben ja doch viele zu kämpfen. Futter, sehe ich schon, dass es ein Herr ist, der mit uns spielt. Und zwar der Herr Engelbrecht, richtig? Ja, Michael Engelbrecht. Hallo, grüß Sie. Woher rufen Sie uns an, Herr Engelbrecht? Ich rufe aus Rendsburg an. Und wie ist das Wetter da bei Ihnen gerade? Ach, es hat geschneit, aber es wird langsam wärmer. Also gut, wir starten unser Quiz. Sind Sie bereit? Ja, bin ich. Nach links oder nach rechts? Nach rechts. Also machen wir das letzte Bild, das heißt, wir sind schon bei den Fragen, Herr Engelbrecht. Ja. Herr Engelbrecht. Das ist ja toll. Alles gut, gell? Herzlichen Glückwunsch. Ein toller Start in die Woche, finde ich. Machen Sie es gut. Undカ w 진행 enfrentlichen Das ist ja toll, ist ja toll, das war so geil, weißt du thirteen, hast du das therapist, Untertitelung des ZDF, 2020